Bademeisterin Anna hat viele Verehrer. Sie saß da schon richtig gut drauf. Sag mal, hübsche Dame, was macht denn so was Nettes hier in so einem Schwimmbad? Äh, ich trainiere meine kleine Schwester. Okay, und wie läuft es so? Ja, super. Sie wird immer besser. Echt, ja? Ja. Okay. Wie es dir jetzt zu verwillen, ich bin Sportmediziner. Und wir müssen uns ja auch mal ein bisschen fit halten, ne? Also wenn ihr da Lust habt, kann ich dir gerne mal ein paar Tipps geben. Das ist ja sehr lieb von dir, aber ich schaff das schon. Ich muss jetzt auch weiter arbeiten. Okay, okay. Aber danke. Seh ich schon. Ich arbeite neben dem Studium als Bademeisterin. Ich liebe meinen Beruf, ich liebe das Schwimmen. Meine Schwester hat sich nie so wirklich dafür interessiert. Aber jetzt mittlerweile interessiert sie sich. Und ich bin auch sehr froh darüber, weil ich Schwimmen sehr wichtig finde. Aber trotzdem ist leider heute etwas Schlimmes passiert, wo ich erst dachte, dass ich schuld daran wäre. Ja, nice. 3, 2, 1. Auf gar keinen Fall. Nein. Hier wird nicht vom Beckenrand gesprungen. Da sind Sprungbretter. Ich könnt ihr gerne sprechen. Was soll das denn jetzt? Ein Bild hier, oder was? Ist halt so, ne? Ja, als ob das jetzt so schlimm wäre. Wenn ihr mal kurz hier einspricht. Ja. Nächstes Mal fliegt hier raus. Ja. Nächstes Mal fliegt hier raus. Komm, Robin, scheiß drauf. Geh mal nach oben. Super. Stopp. Hier wird nicht rumgerannt. Wir sind hier in einem Schwimmbad, oder? Und dann ist Rutschgefahr. Hier wird nicht rumgerannt. Entschuldigung. Wenn Sie sich schon mal hinlernen, dann macht die Aktivität eigentlich. Ich mache heute leider nicht mehr auf, da wir unterbesetzt sind. Aber falls ihr irgendwas wollt, kann ich gucken, ob ich das irgendwie noch regeln kann. Danke schön. Alles klar. Danke schön. Hallo! 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 Tust du mal was hier! Lena! Lena! Tu es hier doch was! Tust du mal! Nächstes Mal! Robin, Robin, soll ich euch helfen? Soll ich irgendwas tun? Ja. Ich hab's. Robin. Ich hab's. Lena? Lena! Lena! Ich hab's hier so im Wasser aufgefunden. Lena! Hey! Alles gut? Nein, Garnis ist gut. Nein, wir müssen ja schon viele Seitenlage machen. Nein, wir müssen ja schon viele Seitenlage machen. Einfach bin ich Arzt oder bist du Arzt? Aber trotzdem müssen wir doch schon viele Seitenlage machen. Es ist scheißegal, was du sagst. Nee, auf gar keinen Fall. Hul mal Hilfe jetzt. Komm! Was für ein Schock. Ich... Ich hab meine Schwester da einfach liegen gesehen im Wasser und ich wusste gar nicht, was los ist. Es hat mich einfach... Ich war auch abgelenkt von den Jugendlichen, aber trotzdem, was ist da bloß passiert? Wir müssen ja mal eine stabile Seitenlage bringen. Lena! Ich hab dir das doch eben gesagt, wir müssen eine stabile Seitenlage machen. Ja, komm. Ja. Lena, hey! Ja. Oh mein Gott, Lena! Das wär's mir sicher. Annas 17-jährige Schwester ist immer noch bewusstlos, als Notfallsanitäter Nick Bachmann und sein Kollege eintreffen. Per Funk haben die beiden erfahren, dass sich Notärztin Birgit Maas verspäten wird, da sie auf dem Weg ins Schwimmbad selber in einen Unfall geraten ist. Komm schon. Was passiert? Wir wissen es nicht genau. Sie lag einfach bewusstlos im Schwimmbad, im Becken. Im Schwimmbad? Im Becken. Also ein Ertrinkungsunfall oder was? Ja. Wir wissen es nicht genau. Schönen Tag, ich bin Arzt. Ja, tschau. Hallo. Wir haben hier eine Patientin, ist latent eingetübt. Der Puls ist leicht hoch. Leicht lockytrasse. Ja. Und ich denke mal, die Schwester meinte gerade, sie kann nicht so gut schwimmen. Wird wahrscheinlich eine Panikattacke gehabt haben. Ich hab mal Atmung, ich hab einen Puls. Ja, der wird schon mir nicht so schlimm gehen, ne? Wir machen erst mal unser Schema. Ja, gehen Sie einfach anders zur Seite. Ich schau mal mein Stethoskop. Wir wurden von der Schwester der verunfallten Person in Empfang genommen, die uns auch kurz und knapp ein paar Sachen erzählt hat. Wurde aber eigentlich dann relativ zügig von einem jungen Mann unterbrochen, der sich als Arzt vorgestellt hat und mir dann ja quasi so eine halbe Übergabe dort machen wollte. Aber nichtsdestotrotz verlasse ich mich auf solche Aussagen nicht, mache mir mein eigenes Bild und wir gehen halt auch nach einem vernünftigen Schema vor, um einfach auch nichts zu übersehen und nichts zu vergessen. Wie heißt sie? Lena. 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 Mach die Augen auf. Ich bin davon nicht. Ja komm, lass uns den Zinflecht reinmachen. Kann ich einmal abhorchen? Gehen Sie einmal zur Seite bitte. Ich muss einmal abhorchen. Hallo, gehen Sie einmal zur Seite, lassen Sie unsere Maßnahmen abmachen. Ja? Die richtigen Ärzte sind jetzt schon da. Das sind doch keine richtigen Ärzte, ich bin richtiger Arzt. Ja genau, mit der stabilen Seitenlage. Ich übernehme den Korb, wir drehen Sie. Sagen Sie mal, was wollen Sie jetzt gerade von mir? Hören Sie, ich bin Arzt. Ja, aber wir machen hier gerade jetzt erstmal unsere Maßnahmen, ja? Was mich natürlich schon enorm verärgert hat, ist die Aussage, die er getroffen hat, wir werden ja nur Sanitäter, er wäre der Arzt. Kommt bei manchen immer wieder vor, dass sie da etwas überheblich reagieren. Die vergessen halt, dass sie auch eine langjährige Ausbildung genossen haben, sehr viel Berufserfahrung haben und wahrscheinlich mehr Notfälle im Leben gesehen haben, wie sie überhaupt sehen werden. Hat sie irgendwelche Vorerkrankungen? Nee, gar nichts, überhaupt nichts. Nein, die ist kein gesund. Die geht super gut. Die ist ja eben noch die ganze Zeit hier hin und her geschwommen. Hört jetzt einfach mal den Mund. Und hat keiner was gesehen oder was? Nein, es hat wirklich gar keiner was gesehen. Und war sie unter Wasser? Ja, mit dem Kopf. Mit dem Kopf unter Wasser. Aber vielleicht noch ein paar Sekunden oder so. Da für uns die Sache vollkommen unklar war, was hier passiert ist, haben wir der Dame jetzt erstmal einen Stiffneck angelegt, um halt da weitere Verletzungen auszuschließen. Die Werte, die wir erhoben haben, waren erstmal nicht besorgniserregend. Sie war von einer Sauerstoffsättigung etwas schlechter, was bei so einem Notfall nicht ungewöhnlich in diesem Fall war. Sie war ein bisschen flott unterwegs von der Herzfrequenz, was mich jetzt auch gerade nicht so richtig gestört hat, was natürlich absolut schlecht und in dem Fall für uns gerade auch nicht so toll war, ist, dass sie überhaupt nicht ansprechbar war. Das würde normal sein, habe ich auch schon abgetastet. Ganz ehrlich, jetzt mehr. Gehen Sie mal bitte auf die Seite und lassen Sie so uns die Arbeit machen, ja? Mann, ey, was ein Team. Und, wie sieht's aus? Lena. Hallo. Lena. Ich mach die Augen auf. Lena. Sattigung 91, Tachikard. Lena. Ich mach mal die Augen auf. Werd mal hell. Werd mal hell. Werd mal leise. Pupillen reagieren. Ich habe nochmal die Pupillen kontrolliert mit einer Pupillenleuchte und habe in dem Zuge auch einmal in die Ohren geschaut, was zu der normalen Inspektion auch gehört und habe dann leider festgestellt, dass ich im rechten Ohr was entdeckt habe, was nicht so gut ist. Könnt ihr mal bitte ein bisschen Abstand nehmen? Ganz ehrlich. Es wird gearbeitet. Aber was soll das? Wie soll das passiert sein, wenn sie einen Ertrinkungsunfall hatte? Ich war natürlich vollkommen irritiert, weil ich mir überhaupt nicht erklären konnte, wie denn bei einem Ertrinkungsunfall es zu so einer Verletzung kommen kann. Weil Blut im Ohr ist immer eine schwerwiegende Sache für uns erstmal. Und da habe ich dann direkt mal geschaut. Da gibt es einen Test. Wir nehmen einen Tupfer und schauen, um was es sich da handelt. Den nennt man ganz banal den Spiegeleitest. Und da muss ich ganz klar sagen, der war leider positiv. Und das ist erstmal ein sehr schlechtes Zeichen. Das letzte Mal jetzt. Sie gehen jetzt zurück und lassen uns arbeiten. Sie haben gesehen, dass das Wasser ist? Nein, das ist kein Wasser, es ist Blut. Und ich diskutiere mit Ihnen nicht. Jetzt ist Ende hier. Die Stimmung war echt angespannt. Aber das Verhalten ging mir so auf die Nerven. Das konnte einfach nicht wahr sein. Es ging ums Erleben meiner Schwester. Ich musste Ihnen einfach das Handy abnehmen. So was geht einfach nicht. Der Arzt ist gekommen. Ja. Hallo zusammen. Der Nordarzt. Hallo. Ich bin Kollege von der Nordklinik. Hallo. Tag Herr Kollege. Hallo. Hallo. Was ist los hier? Als ich hier eingetroffen war, waren die Sanitäter schon tätig gewesen. Hatten Vitalparameter schon erhoben. Jetzt gab es die Übergabe und es galt an mir, sich jetzt einen Überblick zu verschaffen. Der Druck war soweit okay. Ein bisschen Tafikat, 91er Sättigung. Ich würde jetzt Sauerstoff geben. Was ich festgestellt habe, ist, rechtsseitig war Blut im Ohr. Schau mal gerade, der Tupfer liegt da noch. Oh. Ich habe mal eine BZ-Kontrolle gemacht und ein 51er BZ aus der Flüssigkeit, die aus dem Ohr kommt. Wenn man Liquor austritt aus Nase oder Ohr hat, ist das schon ein bedrohliches Zeichen. Denn es ist schon ein gutes Kennzeichen dafür, dass es sich hier um eine Schädelbasisfraktur handelt. Hörst du mich? Sonst ja ganz stabil. Mal die Augen auf. Okay. Kriegst du gut Luft? Mhm. Ja? Gut. Du musst uns mal kurz sagen, was passiert ist. Wir können uns das gerade nicht erklären hier. Ich bin geschwommen. Ja. Und dann war da ein Schatten und es wurde so laut und dann bin ich ausgewichen. Und an den Beckenrand war wir und dann kam irgendwie kurz vor Augen. Bist du an dem Beckenrand geschlagen mit dem Kopf oder mit dem Nacken oder irgendwas? Florian. Ja? Okay. Das erklärt's natürlich. Die Patientin konnte sich auf einmal an diesen Vorfall, der dort stattgefunden hat, wieder erinnern. Sie hat berichtet, dass sie einen Schatten gesehen hat, reflexartig versucht hat, dem zu entweichen und dabei mit dem Kopf gegen die Wand des Beckens geknallt ist. Sie haben es mitgekommen. Hat irgendjemand was gesehen? Sie hat gesagt, sie hat einen Schatten gesehen, musste ausweichen und gegen den Beckenrand geschlagen. Ich hab nichts gesehen. Was hast du hier? Trag mal nach. Keine Ahnung. Im Übrigen hier der Superdoktor neben uns hat uns die ganze Zeit genervt. Er hätte schon alles gemacht und Gott weiß nicht. Was haben Sie denn gemacht, Herr Kollege? Ich hab abgetastet, sie in die stabile Seitenlage gebracht und schon mal abgehorcht. Und keine Anzeichen von irgendwelchen Symptomen erkannt. Sollen wir die komplett immobilisieren? Genau. Wir haben ja jetzt doch erhebliche Symptome, ne? Ja. Gut. Das kann ja mal nachträglich dann so kommen, ne? Okay. Sie haben ja offensichtlich frei. Wir übernehmen dann hier. Dann können Sie weiterhin in Ihren Schwimmbatten. Mir fällt aber gerade was ein. Der junge Typ ist schon die ganze Zeit am Filmen und am Fotografieren. Ja. Hat er das denn vielleicht mit aufgenommen? Ich weiß es nicht genau. Schau mal. Ja, guck ich mir aber auch mal an jetzt hier. Ja, natürlich. Ja, okay. Ja, das sehen wir doch hier ganz klar auf dem Video. Sie ist geschwommen und sie sind gesprungen und dann hat sie sich erstreckt. Ja, ich bin gesprungen, aber ich wusste ja nicht, dass sie mit dem Kopf dagegen geknallt ist. Und ich meine, als Arzt ist ja so eine Vorstrafe auch nicht gerade das Beste, ne? Für die Zulassung. Ja, aber meine Schwester zu gefährden oder was und zu lügen, das ist okay? Nein, natürlich nicht. Dieser Robin springt meiner Schwester fast auf den Kopf und dann gibt es noch nicht mal zu, dass er es war. Und ich habe schon echt Angst gehabt, dass ich vielleicht schuld daran wäre und sie zu früh ins tiefe Wasser gelassen hätte. Und dann kam es aber noch dicker, noch viel schlimmer. Sie wird jetzt erstmal nur gelagert. Ja, wir haben jetzt wirklich begründeten Verdacht, dass da Gehirnflüssigkeit aus dem Ohr getreten ist. Und das würde schon für eine Schädelbasisfraktur sprechen. Das sieht jetzt hier sehr spektakulär aus, ist aber wichtig, damit wir sie richtig transportieren können, ja? Vor Ort, am Unfallort, kann man natürlich keine hundertprozentige Diagnose stellen. Wir können hier letztendlich Vermutungen äußern, die wir auch bei der Übergabe im Krankenhaus weitergeben. Und die Ärzte dort vor Ort werden die Patientin weiter behandeln. Soll ich die Polizei noch anrufen? Dann sollen die aber in die Klinik kommen, ja? Okay. Ja, also hier geht es doch nicht. Da geht doch ein Wurt runter, ne? Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Warten Sie mal ganz kurz, Herr Kollege. Ja. Wo haben Sie denn das Schild her? Da steht Studierender drauf. Sie haben ja doch eben gesagt, Sie sind Kollege und Arzt. Ja, ich bin ja im Krankenhaus. Ja, guck mal. Danke schön. Ich bin ja im Krankenhaus, tätig. Aber als Studierender, was machen Sie denn da im Krankenhaus? Na, ich bin jetzt im fünften Semester und mache halt meine Praxis. Praxisanteil dort. Ich denke, Sie sind Arzt. Ja, ich bin dort ja Arzt. Nee, aber Arzt sind Sie mit abgeschlossener Prüfung. Ja, Sie sind jetzt gerade Student. Was ist denn eigentlich für ein Spinner? Es ist ja nicht so, dass ich nicht nach welchen Gewissen handeln würde. Nee, ist egal. Sie stören hier massiv in der Rettungsmaßnahme, wissen überhaupt nicht, was Sie tun im Prinzip. Ja? Und behaupten, Sie sind Arzt. Ja, wer weiß, was Sie noch für Maßnahmen getroffen hätten. Ähm, Herr Nahles, ne? Genau. Ja. Ich merke mir den Namen erst mal dann. Vielen Dank für die Ess-Helfer-Maßnahmen. Und wir würden dann aber jetzt gerne die Patientin ins Krankenhaus bringen. Beim Rausgehen hat sich durch das Namensschild des vermeintlichen Kollegen herausgestellt, dass er gar nicht fertig ist, dass er Medizinstudent ist, im Krankenhaus wohl schon arbeitet, aber der Bademeisterin hier Sachkenntnis und vor allen Dingen Behandlungsbefugnis vorgegaukelt hat. Sie hat sich aber davon nicht beirren lassen und hat das einzig Richtige getan, nämlich den Notruf gewählt. Wie vermutet, hat Lena einen Schädelbasisbruch erlitten, der aber dank sofortiger Behandlung gut verheilt ist. Medizinstudent Robin wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Seinen Abschluss hat er nicht geschafft.